Ja, alles klar, da habe ich natürlich alles verstanden und wir haben hier kaum Leben. Da ist man hier mit dem Schnedelwurz auf den kalten Boden hier liegen. So, jetzt darf ich hier nochmal vorbeischleichen. Ich habe halt rein gar nichts. Und kalt wird es dem auch bald. Wie machen wir das? Ich würde es nochmal so probieren wie vorher vielleicht. Vielleicht oben, obwohl nicht da oben ist auch halt jemand. Alter, die Klappe! Dann labert eh nur Scheiße wieder. So, jetzt geht er da rum. So, wer hat uns... Ach, der von oben hat uns, glaube ich, gesehen. Das war unser Problem. Wir können eigentlich, glaube ich, auch da runterkriechen. So, wenn wir dann hier mal verstecken, dann holen wir hier das Peter... Nee, Peter Zimino was, glaube ich nicht. Alter, was labberst du? Der Spack, der sehe gerade voll ab. Der Körnel. So, beim Beschneiden. Immer Handschuhe tragen. Alles klar. So, ja, geile Steuerung. So, hier einmal Medizin. So, oje. Ich hoffe, der schaut... Hallo? Der hat nach unten geschaut. Hat uns aber nicht gesehen. Was ist das von Spacko? Gibt's doch gar nicht. Oh, 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 oh. Lauft der da nach vorne? Ja, sehr schön. Einmal hier nach oben gewatschelt. Das ist wirklich irgendwie so eine Ente. Ja, ist mir jetzt auch egal. So, der da vorne. Wie kriegen wir den da? Vor allem haben wir noch hier die blöde Kamera. Einmal hier. Auf die müssen wir natürlich auch noch achten. Oh, no, 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 no. Jetzt kriegt er ein bisschen Schnupfen. So, warte mal. Ich nehme die mal. Hm. So, wir machen das mit der Kamera. Schwingt hier rüber. Bleiben wir hier hinten. Jetzt warten wir, bis der eine wieder nach vorne kommt. Dann geht er wieder nach hinten. Und dann können wir da oben an die Kiste hin. Und dann irgendwie... Alter, wir müssen nämlich anderen anrufen. So, vor allem, ich will halt hier auch nicht zu lange warten. Dann gucken wir... Irgendwann fangt er wieder an zu niesen. Das ist halt das Problem. So, ja, ganz ruhig hier. So, einmal hier vorbei. Den Anruf ignorieren. So, ich hoffe, hier geht es jetzt groß nicht weiter. Also groß mit Gegnern. Na, super. Äh, falsche Richtung. Ah, was? Weltsch du? Labert eh wohl irgendwelche Kacke wieder. Ne, in echt habe ich eigentlich erst gerade so seit 5 Minuten wieder angefangen. Was ist los? Geht es nicht hin? Nicht irgendwie blockieren oder so? Oh, eine Ration. Hallo. Das ist ja mal cool. So, was war denn hier? Können wir vielleicht mal einen Snake anrufen? Dann müsste er auch hier sein. Ja, soll ich das dir jetzt wirklich glauben? Ich meine, er labert gerade so viel. Hallo. Nur am rumtelefonieren oder wie? Labert mich jetzt mit lauter Bullshit zu. Ich war ein Nordamerikaner-Fall-Webworm in meinem vergangenen Leben. Ah, das waren die guten alten Tage. Was warst du in deinem alten Leben? Ein Sumpfwurm? Ist das dein... Hallo? Ho, 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 oh. Geh mal näher hin, ja? Hallo? Oh, hallo? Hey, guck mal, die guckt uns an. So, wollte der jetzt nicht hier anrufen, würde ich mal probieren, hier beim Snake anzurufen. Aber ich glaube, die Nanomaschinen irgendwie in meinem Körper, die spacken immer noch mehr rum. So, einmal hier. Snake. Kann ich den anrufen? Na, super. Muss ich irgendwo eine Karte finden oder... Muss ich hier das ganze Gedöns von dem anhören? Ja, wir sind schon, ähm, bei Metal Gear Solid 2 und nicht in Teil 1. Also, der lebt irgendwie... Ach, in der Vergangenheit. Jetzt komm. Präsident Baker should be somewhere to the south of where you blasted through the wall. Hurry and save him before the terrorist discover his code. Ja. Der ist ja... Also, komm mal. Ich lieg hier auf und schon kommt der nächste Anruf rein. Also, schniss von der Tratsch, Tante. Oh, das ist ja Rose. Jack, it's me. Hi, Rose. Jack, I owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's sorry. No, it's something else. What is it? That day at Federal Hall two years ago, it wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Yes, by the Patriots. You're a spy? I suppose, yes. It's an ugly word. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. How could anyone... I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal life to them these two years. What you did, said, everything. Must have been fun. But some things I didn't tell anyone. Like what I felt for you. So that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-toothed comb. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this, this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end, too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack. I feel better knowing that. I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't, by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand. But I have nothing left to- Jack! What? I'm- I'm carrying- I'm pregnant, Jack. Rose, what's going on? Die hat sich alles aber normal angehört, der Körner irgendwie nicht. Amazing, how you walk around like that. Snake! Been waiting long. H- H- Where's my gear? Right over there. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Not happy about that? Not happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before. But, I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah. Olga left this for you. Why? Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Move the right stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the stick in a circle to do a rotating cut. Push it forward to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the L1 button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. So, wir haben hier so ein geiles Ninja-Schwert. Mal gucken, wie ich damit klarkomme. Damals bin ich dann nicht so ganz klar gekommen. So, 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 so. Vor allem das mit dem Abwehren hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. So, Snake. Na, ist klar. Hallo! Okay, sorry. Ich glaube, wir müssen hier weiter. So, andere Waffen habe ich schon noch. Kann ich aber bis jetzt nicht benutzen. Ja, und nun? Wir machen die Karte, aber eigentlich müssen wir die ja nie rein machen. Müssen wir nur hier in Teil 1 eigentlich machen. Aber wir müssen ja eigentlich nach vorne gehen. Und nicht nach hinten. Okay. Oder sollen wir halt nur kurz hier ein bisschen üben? Aber eigentlich sollte ja alles klar sein. Okay. Okay. Come on. Time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Wait up, Snake! What? Snake, have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No. It was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend. A hero. I'm Jack the Ripper. A dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit. Just like you. People will remember only the good part. The right part of what you did. There's no right part in murder. Not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future. You can stop being part of a mistake. Starting now. What am I? What am I supposed to do? Find something to believe in. And find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Come on. Snake, Raiden. Otacon, you all right? Yeah. So are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now. But there is something. What? The Colonel's last transmission. It was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12. So, na super. Wir haben Snake entdeckt. Ich wollte hier ein bisschen runtergehen. So, der macht das eigentlich so ein bisschen alleine. Natürlich auch geil. So, ich hole eigentlich mal... Ja, ich hole noch mit dem 4 mal raus. Eigentlich könnt ihr auch reinrennen und mit dem Dings mal so ein bisschen mit dem Schilder... Äh, Schildschweig schon mit dem Messer rummachen. So, eigentlich zieht ihr auch richtig gut, ohne zu zielen. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ein bisschen vorrücken. Oh, guck mal, die haben auch hier so ein Schwert. So, ich probiere mal ein bisschen mit dem, aber... Oh, ich habe volle Ration. Natürlich gut. So, jetzt sollt ihr ein bisschen aufpassen. Wollen wir kurz ein bisschen regenerieren. Snake, der schafft das ja schon. Oh, jetzt bekommt er ein bisschen was abgezogen. Hier doch keine Legende. Ah, das ist ja geil. Wir können ein bisschen nach vorne gehen. So, ja, ein bisschen durchsäbeln. Oh, ja, von allen Seiten. Wir gehen auch voll schnell down. Ist eigentlich auch geil. So, hallo. Wir haben ein Dritt. Mal, wie viele da kommen. Wie viel Blut hier ist. Ich gehe mal voll ab. Von oben. Der Snake ist gleich down. Geht aber gar nicht. Wir können uns mal ein bisschen beeilen. Mal, wie viele da kommen. Alter, Snake, pass auf, Junge. Vor allem steht er da auch mittendrin. Ich glaube, ich mit dem Schwert ist ja okay, aber der... Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen schneller machen. Ein bisschen besser aufräumen. So, ich muss mal sagen, wir holen das raus. Wir holen die Ration raus. Und los geht's. Aber er tut nicht alles ab, Locken. Das ist halt ein bisschen schade. So, hey, guck mal. Geht genau. Gibt's ja gar nicht. So, ja. Schon die erste Ration weg. Und wir haben nicht so lange liegen. Eigentlich sollte ich mal vielleicht nach oben rennen. Ah, wir kommen hier gar nicht nach oben. Das ist ein bisschen unser Problem. Ja, der springt da weg. Ist ja gar nicht. Einmal schön aufräumen. Snake, noch zur Hälfte. Aber jetzt kommen sie nicht alle auf einmal. Einfach sind ja immer voll viele... Oh, jetzt kommen sie aber. Gibt's ja gar nicht. Da hinten weist schon wieder Blut. Snake, come on. Alter, hat der gerade Snake mich auch getroffen? Gibt's ja gar nicht. So, oh, geil. Gib mal her. Oh, wo ist das? Da ist es schon aufgenommen. Okay, es wird langsam auch ein bisschen knapp. So, jetzt habe ich's auch noch bekommen. So, jetzt mal kurz in die Hocke gehen. Ah, der Snake ist schon ganz schön angeschlagen. So, come on, weiter geht's. Raiden, about this Colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point. It's the origin of the signal. Hmm. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI. The so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. That's impossible. The Colonel probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The Colonel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's crazy. But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the Colonel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden. Snake. What's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No. I can't do that. Let's go. You can do it. Vielen Dank.